Ja, der SV Sandhausen hat mit 26 Punkten zweifelsfrei eine grandiose Hinrunde gespielt. Nimmt man die drei abgezogenen dazu. Liga Sandhausen Dritter nach den ersten 17 Spieltagen gewesen. Nun also die große Frage zum Rückrundenauftakt. Gelingt der Mannschaft vom Hartwald gleiches in den nächsten 17 Spielen? Dann könnte 100 Jahre nach Vereinsgründung 1916 etwas ganz Großes anstehen. Der Bundesliga-Aufstieg 2016 darf von allerdings, redet in Sandhausen so gut wie keiner, erst mal die nötigen Punkte holen, damit kein Abstiegskampf mehr aufkommt bei den Sandhäusern. Paunschbeck in gelb mit 2-9 nach dem 0-1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Das ist Wilsom, weiter für Jan Hochscheid, die beiden neuen Knallern. Erste Probe für Sandhausens Torwart. Hochscheid setzt nach Ken Reichel, Matuschik und wieder Hochscheid gegen Klingmann. Weiter für Ken Reichel, weite Flanke, Omnadic zurückgelegt auf Osayer. Erste Tor für den Mann auf der rechten Seite, Philo Fosayer trifft so gut wie nie. Selten vorne, letztes Tor in der letzten Saison für Arlen gegen Braunschweig. Jetzt das erste Mal erfolgreich für die Eintracht, weil Sandhausens Verteidigung nicht mitkommt, sich hier ausspielen lässt. Das ist ein ganz schwacher Auftakt für Sandhausen in die Rückrunde. Braunschweig hingegen zeigt das, was im Hinspiel vermisst wurde beim 1-3 gegen Sandhausen. Besserer Start heute für die Gastgeber. Sandhausen schüttelte sich kurz, weiter ging es mit dem ersten Spielaufbau. Der Gastgeber heute mit der Aufstellung, die gegen Karlsruhe gewann. Kulowicz und Linsmeier zusammen wieder auf der Doppel-6. Wutern, Flanke kurz, ausgeköpft, aber nachgesetzt, wieder Kulowicz. Weiter für Linsmeier. Guadus, Zellner gedreht gegen Correa. Immer noch Zellner! Gikewitsch da bei der ersten Aktion der Sandhäuser. Zellner etabliert in der Mannschaft als Zentral der Spieler. Hinter Spitze Guadus. Die Ecke danach für Sandhausen ausgeführt von Jakub Korsetzki. Dicht vor's Tor, Reichel, ausgeschlagen, aber nicht gut verteidigt. Nächster Spielaufbau, Paccarada für Linsmeier. Zellner, links aus Guadus, abgeblockt und Zellner schlägt das Luftloch im Strafraum. Riesengelegenheit verpasst. Kulowicz in der Mitte, der sich kurz krümmte. Konnte dann allerdings weiterspielen für Sandhausen. Gute Anfangsphase danach erstmal wenig zu sehen. Halbe Stunde bereits gespielt. Braunschweig mit Kedifi. Der sich durcharbeitet aus der linken Seite gegen Klingmann. Und die Flanke hoch scheint. Nächste Riesenchance, Jan Hochscheid. Der Wechsel hat sich gerechtfertigt. Lieberknecht hat den richtigen Mann gebracht. Der neue Tempo bringt in die Offensive der Braunschweiger. Korsetzky, jetzt wieder das Spiel lebendiger. Gerade mal zwei Minuten später Sandhausen mit Paccarada. Zellner, schnell weiter. Guadus, Ausgleich, Aziz, Guadus trifft auch in der Rückrunde für Sandhausen. Schnell gespielt, gut gespielt. Paccarada, dann Zellner weiter für Guadus. Keine Gegenwehr. Die Dreierverteidigung der Braunschweiger. Zu weit weg. Gikiewicz chancenlos bei diesem guten Schuss von Guadus, der den Ball perfekt verwandelt. Sandhausen ist wieder da. Zeigt die Qualität der Hinrunde. Macht die Tore. So wird es ein leichtes sein, die Punkte zu sammeln, damit kein Abstiegssorgen mehr aufkommen. Für mehr allerdings braucht die Mannschaft auch spielerisch eine klare Verbesserung. Trotzdem, jetzt ist Leben drin im Hartwaldstadion. Gerade mal vier Minuten später wieder Wutten. Korsetski. Weiter für Linsmeier. Gikiewicz der Ball etwas zu weit für Sandhausens Linsmeier. Und schon wieder Klingmann über die rechte Seite. Angetrieben jetzt von den Fans. Wutten, kein Abseits, ganz frei. Zellner zurückgelegt und Guadus umgeschubst. Elfmeter. Auch wenn Guadus in ganz gefährlicher Position zu Boden geht. Für mich eine Fehlentscheidung. Es ist kein Elfmeter aus meiner Sicht. Denn der Kontakt ist da. Aber das ist keine Grätsche von Amnadic. Wir schauen auf die Wiederholung und versuchen zu erahnen, was genau gepfiffen wird. Das für mich ist lediglich ein Kontakt. Kein Foul an Sandhausen Stürmer. Es gibt in jedem Fall die Gelegenheit für Sandhausen Andrew Wutten im Duell mit Braunschweigstorwart. Jekiewicz. Vier Minuten noch zu spielen im ersten Durchgang. Und Wutten. Partie gedreht. Natürlich verdient. Die Torchancen waren da für Sandhausen. Auch wenn dieser Elfmeter umstritten ist. Wutten verwandelt. Auch er trifft in der Rückrunde. Gleich im ersten Spiel gegen Braunschweig. Hat überzeugt mit einigen Treffern im Verlauf der Hinrunde. Jetzt klasse verwandelt. Gegen Gieckiewicz. Schausenlos Braunschweigstorwart bei diesem Elfer von Wutten. Stamm geschossen. Nicht gut platziert. Aber so kaum haltbar für den Mann im Braunschweiger Tor. Sandhausen jubelt. Die Führung zur Halbzeit für den SV Sandhausen. Es wäre der nächste Schritt für eine Mannschaft. Ist sie denn wirklich keine Bundesliga-Mannschaft? Mit einer Leistung wie dieser könnte Sandhausen im nächsten Jahr gegen ganz andere Mannschaften spielen. in Liga 1. Und sie machen gleich weiter mit dem zweiten Durchgang. Keine Veränderung auf beiden Seiten. Sandhausen mit Boadus. In den Raum gespielt für Linsmeier. Auch im zweiten Durchgang die Kombination überzeugend bei Sandhausen. Linsmeier mit der ersten Chance seit Jahren für Sandhausen unter Vertrag. Immer gegen den Abstieg gespielt. Sie waren ja damals fast abgestiegen aufgrund der Duisburger in der Liga geblieben. Eine komplett neue Erfahrung in diesem Jahr. Nicht nach unten. Schauen zu müssen. Reichel Braunschweig mit der Flanke. Knaller da. Erste Aktion im zweiten Durchgang für Sandhausen-Storwart. Wilthom. Braunschweig langsam gefordert. Läuft die Zeit davon. Noch eine knappe halbe Stunde. Das ist Mirko Boland. Knaller! Und Kista ist zur Stelle. Kann auch das klären. Knaller mit tollen Aktionen. Sechsmal ohne Gegentor gewesen in der Hinrunde. Hat allerdings insgesamt 20 Tore kassiert. Das ist sicherlich das Problem der Mannschaft vom Hartfeind. Korsetski. Offensiv immer wieder stark anzusehen. Wuten. Danke für Korsetski. Gijkiewicz kein Problem. Schwacher Kopfball von Jakob Korsetski. Danach diese Grätsche gegen Aziz Bouhadous. Es geht zunächst weiter. Wenig später allerdings liegt Aziz Bouhadous auf dem Boden. Nach einem Zweikampf diesmal mit Braunschweigs Torschützen Phil Ofosoyer. Der auch gelb sieht für die Grätsche gegen Sandhausens Bouhadous. Diesmal mit Tempo reingegrätscht. Gelb für mich die richtige Entscheidung gegen den Braunschweiger. Jetzt zu erkennen. Klare Grätsche gegen Bouhadous. Für Sandhausen Stürmer ging es nicht weiter. Musste ausgewechselt werden. Jovanovic kam für die Schlussphase. Allerdings nächste Woche vermutlich wieder dabei für Sandhausen Aziz Bouhadous. Einwurf der Sandhäuser. Wooten. Wärter für Linsmeier und Kulowitz. Jetzt im Zusammenspiel. Linsmeier-Kulowitz. Erste Kombination an diesem Abend. Das 3 zu 1. Sandhausen schlägt auch im Rückspiel die Braunschweiger Heintracht. Klasse Zuspiel. Lang gewartet. Der Winkel spielt aber kein Problem für Kulowitz. Sandhausens Kapitän macht die Entscheidung gegen viel zu passive Braunschweiger. Boland da kann allerdings nicht verhindern, dass Kulowitz das nächste Tor erzielt. Die Mannschaft macht Spaß. Schießt Tore. Alles ist da für eine gelungene Rückrunde bei Sandhausen. Au-Fuhr-Soyer. Boland in der Schlussphase. Braunschweig nochmal mit Berghlin und Jan Hochscheid. Der Einzige, der heute seine Leistung zeigen kann, von dem Torgefahr ausgeht. Gut erwischt, allerdings vorbei am Tor von Marco Knaller. Tja, und Sie sehen die Mannschaft mit den drittmeisten Punkten. Nur St. Pauli und der 1. FC Kaiserslautern waren erfolgreicher im Kalenderjahr 2015. Sandhausen hat alles gezeigt. Die Fans heute nochmal begeistert. Die letzten Sekunden des Jahres 2015. Im nächsten Jahr ist der Weg frei für ein ganz hervorragendes Jubiläumsjahr 2016. Nochmal Linsmeier, Tide, Bieder weiter für Jovanovic. Abgeblockt von Mirko Boland. Letzte Gelegenheit an diesem Freitagabend durch Ranisav Jovanovic. Kombination der drei eingewechselten Tide, Bieder und Jovanovic. Es bleibt beim 3 zu 1. Sandhausen gewinnt gegen Braunschweig. So begann die Spielzeit im Eintracht-Stadion. Und so endet das Kalenderjahr für die Fans im Hardwall-Stadion. Nächste Woche geht es nach Berlin zur Union zum Abschluss. Heute ein verdienter Sieg trotz des frühen Gegentors. Drei Tore gemacht, kämpferisch gezeigt, gewonnen. Und somit den Sprung geschafft für eine Nacht zunächst mal auf den Relegationsplatz Richtung Bundesliga.